Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, meine Waschmaschine, die schleudert gerade im Hintergrund. Das können wir aber nicht ändern. Das machen wir jetzt einfach, weil ich habe Bauchschmerzen heute. Ich muss ins Bett und ich kann nicht warten, bis das jetzt hier zu Ende bummelt. Also wir werden das Ganze jetzt einmal wieder hier, ich habe das so schön neu aufgeschnitten. Dann haben wir wieder neuen Saft. Und wir machen das wieder wie gestern, schön auf die ganze Geschichte auftragen hier. Und auch von oben. Immer an den Wimpernkranz schön ran. Die Wimpern auch ordentlich einreiben, damit wieder drauf. Unten. Und die andere Seite auch. Noch ein bisschen. So. Unten auch. Der Zwiebelberuf ist nicht mehr ganz so schlimm wie gestern. Und auch die Augenbrauen. So, mein Lieben. Das war's wieder. Und damit ich den Rest jetzt hier nicht verschwende, werde ich mir das andere auf die Haut auftragen. Das riecht aber dann doch, ne? So. Jetzt habe ich da ein Knödel auf meiner, auf meinem Handy so ein Stück. Auch schön auf den Handrücken auftragen. Und dann haben wir die Aloe Vera auch bis zum letzten Rest benutzt, würde ich mal so sagen. Und die kann dann in Müll. Die hat jetzt ihre Schuldigkeit getan. Ein bisschen kann man da noch immer rausholen. Und überall mit auftragen. Wollen wir mal nichts verschwenden, ne? So, mein Lieben. Und dann gehen wir ins Bett. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr heute wieder beim Videotagebuch dabei gewesen seid. Meine Maschine hat auch keinen Bock mehr. Die ist fertig. Und damit würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.